Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblog. Ich bin heute wieder am Coaspudersee bei Marc Kleeberg unterwegs. Und weiter geht's nach dem Intro. Ich bin nur ein kleines Stück aus Leipzig rausgefahren. Zehn Minuten vielleicht. Und dann kommst du gleich hier an den Coaspudersee bei Marc Kleeberg. Sau geiler See. Super. Kann man Sport machen, kann man Freizeit verbringen. Hier sind auch sauviele Leute unterwegs. Fahren Rad oder joggen, so wie ich. Ich denke, die werden jetzt gefilmt, aber da film ich mich. Schön gewunken. Egal. Ich mach mal weiter. Eine Stunde krieg ich vor heute. Gut eine halbe Stunde nach meinem Start bin ich jetzt schon unterwegs und werde gleich drehen. und dann zurück machen, damit ich insgesamt Stunde, Stunde fünf gelaufen bin. Dann freue ich mich über meine Sporteinheit heute. Das ist ganz wichtig heute gewesen. Haben nämlich in den letzten Tagen echt, echt viel gefressen. Und dann muss man einfach Sport machen. Ganz wichtig. Zum Ausgleich. Also, gleich hab ich die Hälfte hinter mir. Ich hab jetzt gut 50 Minuten auf der Uhr. Alles cool. Bin noch fast am Ende. Ich melde mich dann gleich, wenn ich kurz vorm Fertigsein bin. Es ist ein bisschen warm. Man kann nicht so reden. Aber es ist ein bisschen zu warm, als dass man viel laufen könnte. Aber ein bisschen zu kühl, als dass man gleich aufhört. So, also ich melde mich gleich. Ja, hingewinkelt. Nach gut einer Stunde bin ich gleich im Auto. Und ich brauche noch so drei, vier Minuten, dann bin ich da. Dann kann ich an der Stelle schon mal sagen, Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Macht's nach. Macht auch Sport. Dann ist alles leichter. Also, bis dann. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.